Wir sind hier heroben am Steiner Pfaffenberg. Da drüben sieht man das Stift Göttweig und da unten die Donau. Der Riesling fühlt sich hier besonders wohl und deswegen pflanzen wir da 1500 Riesling Rebstöcke aus. Der Pfaffenberg ist eine terrassierte Steillage und hier ist nur handwerkliches Arbeiten möglich. Genauso wie das Auspflanzen, also die Erdlöcher werden mit einem Erdbohrer gegraben. Ganz besonders sind die Trockensteinmauern. Hier haben wir letztes Jahr im Herbst 500 Quadratmeter rekultiviert und erneuert und diese Trockensteinmauern machen erst eine Bewirtschaftung möglich.